Ein herzliches Hallo an unsere sexy Zuschauer vor dem Tisch. Wir sind Spielware und die Spielhäuser Nidhawk. Mein Name ist Finn und mein Name ist Alex. So, dann starten wir auch gleich mal mit dem Spiel. Wir starten natürlich auf Multiplayer, weil wir natürlich zwei sind und auf der offenen Version. Wir werden gegeneinander spielen. Als erstes ist die Map Castle. Es gibt viele verschiedene Maps und das ist halt jetzt unsere erste. So, würdest du denn da gerne etwas zum Gameplay interessieren? Genau, also Nidhawk ist ein 2D Spiel mit Jump and Run Elementen. Primäres Ziel ist das eben gezeigte Töten des Gegners. In diesem Fall der Finn ist das gelbe Männchen und ich das andere. Die Steuerung ist eigentlich recht simpel und recht leicht erlernbar. Es ist ein DASD für die Fortbewegung. Genau. So, das Spiel ist halt relativ wenigstens bei Depos auf dem Fall. Wie man das auch so sehen kann. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und auf jeden Fall das Ziel des Spiels ist einfach, dass das gelbe Männchen an die Kante auf die rechte Seite läuft. Und das orange Männchen geht nicht direkt. Und wenn man halt alles hinbekommt, dann geht es wieder an. Ja, also das Spiel ist hauptsächlich für den Multiplayer gedacht. Also man kann es so gesehen im Simiplayer gegen eine KI spielen. Aber das macht bei weitem nicht so viel Spaß. Ähm, tja, das ist so lange gezeigt. Jetzt hast du es mir gezeigt. Ne, genau. Also es macht sehr viel Spaß gegen seine Gegner zu spielen. Vor allem wenn man gewinnt. Ja, wie man bei mir unschwer erkennen kann. Was bei mir nicht funktioniert. Ja. Hm. Was denn noch? Das ist auch das schon der Finals Spiel. Wo du dann von einem Krisen-Niveau wahrscheinlich den Mid-Hawk mitgenommen wirst, aufgegessen wirst. Und somit dann auch eben den Gewinner des Spiels wirst. Genau. Also in diesem Fall hat Finn die Party gewonnen. Hier sieht man nochmal Kills 9. Er hat mich neunmal besiegen können. Und Suicides hat sich einmal selbst umgebracht. Ich habe bedauerlicherweise nur einen Kill, dafür aber keine Selbstmorde. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir als erstes etwas erzählen mussten. Genau. So. Jetzt starten wir auch weiter bitte. Also machen wir weiter mit der nächsten Map. Und jetzt sind die Clouds. Und ähm, wie gesagt, jetzt können wir ja irgendwie spielen. Ja, die Map hat eine kleine Besonderheit, die ich mal kurz zeigen kann. Und zwar, diese, wie uns wird zu erkennen, in den Wolken. Und Teile der Map können verschwinden. Wenn man zu lange stehen bleibt, das verfeinert das äh, das äußerst rasante, schnelle und intuitive Gameplay. Ja. Wie gefällt dir das Spiel? Äh, wie gefällt dir das Spiel so weit? Ich glaube, nein. Ich hab dich schon immer fertig gemacht und ich hätte mich fragen. Da hast du mich schon wieder geschaut. Ja. Da hast du absolut recht, Finn. Nur du verkehrst deine Kleinigkeit. Ja, recht. Das ist eine externe Frage. Ich muss kommentieren. Ich muss gut aussehend über die Kamera gucken. Ich kann aber alles konzentrieren. Hier sind die Wolken. Genau. Ja. Danke, Finn. Damit ich, damit ich auch mal eine Chance habe. Ja. Jetzt. Genau. Äh. Ja. 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 Also, wir spielen da noch kurz das dritte. Level. Das dritte Level. Genau. Und fassen dieses spielerische Kunstwerke heute zusammen. Hier befinden wir uns in einem äußerst ästhetischen Waldlevel. Ähm. Ja. Das. Das läuft gar nicht gut. Also. Nein. Aus dem Licht zu finden. Bei einem. Offensichtlich. Bei einem. Also dein Können. Ja. Verstecken. Ja. Ich weiß jetzt nicht wo er ist. Ähm. Ja. Das kam jetzt das äußerst was. Ich weiß jetzt wo ich bin. Aber er hat mich trotzdem erwischt. Und er hat auch die dritte Partie gewonnen. Und. Deswegen würde ich sagen. Ich bin halt nun mal der Bessere in diesem Spiel. Ja. Ich zähle. Du musst halt noch so einiges lernen. Ähm. Dankeschön, dass ihr halt zugesehen habt. Lass einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao. Tschüss.